B-Motion, das ist unsere Antwort auf Ihre spezifische Anforderung an eine Antriebslösung. Spezifische Antriebslösung, damit meine ich kein kundenspezifisches Entwicklungsprojekt mit all seinen Kosten und seinem zeitlichen Verlauf. Damit meine ich die Kombination von Antriebskomponenten genau passend zu Ihrer Applikation. Basierend auf einer modularen Antriebsplattform, die nicht nur die Aspekte der Antriebskombinatorik abdeckt, sondern intelligent auf die Anforderungen verschiedener Zielmärkte und den Ablauf der entsprechenden Kundenprojekte abzielt. Wir haben die Anforderungen unserer verschiedenen Zielmärkte so umgesetzt und verifiziert, sodass Sie davon direkt profitieren können. Ein echter Mehrwert für Sie. Beispielsweise ein Getriebemotor für eine Gebäudetür. Dieser wurde von uns bereits im Zyklusbetrieb in unserem Labor auf die entsprechende Lebensdauer getestet und Sie können darauf aufbauen. Ich glaube, Sie können jetzt schon etwas erkennen, dass B-Motion eine Antriebsplattform ist, die von vornherein auf maximale Variantenvielfalt entwickelt wurde und somit optimale Kundennutzen bieten kann. Diese Vielfalt macht B-Motion einmalig. Welche Antriebskomponenten kommen hierbei zum Einsatz? Basis sind DC-Motoren mit Durchmessern 63, 52 und 42 mm. Diese können mit Planetengetrieben, Schneckengetrieben, Bremsen, Enkodern kombiniert werden. Hinsichtlich der Motorausführung besteht höhere Flexibilität. Vorentwickelt sind verschiedene Betriebsspannungen, Wellenenden, Ritzel, Schnecken, Auswahl des Kabelsatzes, der Entstörung, sowie verschiedener Marktanforderungen, für die schon spezielle Varianten existieren. Diese Vielfalt ist bereits verfügbar und ist eine Zeitersparnis in Ihrem Projekt. Und sollte einmal eine besonders abgestimmte Motorkennlinie benötigt werden, mittels des Baukasten und Ihrer Anfrage können wir sehr schnell eine entsprechende Variante generieren. Die Märkte, auf die wir abzielen, da möchte ich jetzt darauf eingehen. Wir haben einen großen Markt, das ist Building Automation. Hier haben wir Kombinationen mit Planetengetriebe, Schneckengetriebe, Enkodern und Bremsen verfügbar. Anwendungen sind der Türbereich, Aufzugstüren, Zugangsschleusen, beispielsweise in Einkaufsmärkten, Flughäfen und Bahnstationen, die betriebssicher den rauen täglichen Einsatz in hochfreundlichen Bereichen sicherstellen können. Im Markt Transportation spielt P-Motion seine Stärken durch seine Robustheit und Zuverlässigkeit im täglichen Einsatz in Nah- und Fernverkehr aus. Sicher gegen mögliche Überlast, Vibrationen und Temperatur sind gegeben. Anwendungen sind Bus-, Zugtüren, Rampen und Stufen, um eine reibungslose Abwicklung im Verkehr zu garantieren. P-Motion ist hier ein zuverlässiges Arbeitspferd. Genauso, wenn wir auf den Markt Agriculture übergehen. Auch für den rauen Einsatz in der Landwirtschaft bringt P-Motion ideale Voraussetzungen mit. Robustheit, Zuverlässigkeit erlauben den 24-7-Betrieb im saisonalen Einsatz. Anwendungen sind hier als Dosiermotor einer Sämaschine, einer Schnitthöhenverstellung oder andere Bereiche denkbar. Kommen wir zu MedTech. MedTech, Zuverlässigkeit, niedriges Betriebsgeräusch, gute Anlaufeigenschaften und eine sanfte Verstellung sind Kernanforderungen in diesem Markt. Anwendungen sind hier beispielsweise OP-Tische, Betten, Röntgengeräte, MRT-Scanner. Darüber hinaus ist P-Motion noch dazu im weiten Feld der normalen Industrieprodukte einsetzbar. Sei es ein Verkaufsautomat oder ein Farbmischer im Baumarkt. Diese Vielfalt macht P-Motion aus. Wie Sie gesehen haben, mit P-Motion sind wir gut auf unsere allen Anforderungen vorbereitet. Natürlich werden wir diese Plattform auch weiter ausbauen. Ob EC-Motoren, weitere Leistungsklassen oder Antriebselektronik. Wir machen weiter. Aber letztendlich Ihre Applikation zählt. Und hierfür gilt das Versprechen von uns über P-Motion an Sie. Das ist ein Verkaufsautomatisch.